Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchela und heute bin ich wieder für euch in Battlefest unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um das Achievement Spiel mir das Lied vom Meer und für dieses müssen wir insgesamt sechs verbotene Seemannslieder im Tierra Gradesund finden. Und ja, ich bin hier schon vor dem ersten Spot und zwar haben wir den Spot hier bei den Koordinaten 43, 25 und das ist hier unten und dort befindet sich so eine schicke Höhle und wenn wir in die Höhle reingehen, haben wir hier ein staubiges Gesangbuch und damit auch schon das erste Seemannslied eingeheimst. Und als nächstes geht es jetzt einmal nach Boralos. Ich habe hier auch wieder einige Koordinaten, die werde ich euch in Makroform wieder einfach unten in die Infobox posten und dann könnt ihr sie, wenn ihr das Addon TomTom habt, mit einfügen bei euch. So, das zweite ist jetzt einmal in Boralos und zwar sind wir hier unten bei den Koordinaten 52, 18 und dann müssen wir hier in ein Gebäude reingehen und dort haben wir schon einen, der hier, was ist denn das, eine Harfe spielt? Ne, eine Harfe sieht anders aus. Ich weiß nicht, was das ist, eine Art Gitarre, keine Ahnung, ich bin da nicht so bewandert drin. Egal, wir müssen auf jeden Fall sein Gesangsbuch looten und haben damit dann die zweite Schriftrolle quasi gefunden und müssen dann einmal weiter nach ganz hier drüben. So, dann sind wir am nächsten Spot und zwar hier unten in dem Gebäude bei den Koordinaten 72, 69 und hier ist es so, dass das Buch hier oben auf dem Kamin drauf liegt. Hätte ich jetzt auch fast nicht gesehen. Und jetzt können wir dann weiter, ja, hier zu den Piraten mal gehen. So, als nächstes sind wir einmal im Freihafen und zwar kriegen wir das nächste auf den Koordinaten 76, 38 und wenn wir jetzt hier einmal gucken, droppt es nämlich von dem Typen hier, dem Kneipenwirt Willi. Okay, den müssen wir einfach unboxen, dann haben wir das und ja, das ist aber eins, was ich schon quasi vorher mir geholt habe, weil ich die Rares für ein anderes Etui-Find mir schon einmal geholt hatte. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rüber zum anderen. So, das nächste ist dann das Gesangsbuch des Halunken. Das haben wir hier auf dem Tisch und zwar sind wir jetzt einmal noch im Freihafen und zwar auf den Koordinaten 73, 84 in dem Gebäude hier hinten, wo wir auch diesen, ja, gammeligen Typen haben, der mich die ganze Zeit hier anhittet. Und auch ewig viele andere. Ich habe damit mein Etui-Find abgeschlossen. Ich werde euch aber jetzt noch das letzte zeigen. Eins fehlt uns nämlich noch. Und zwar haben wir das einmal da hinten und da werden wir uns jetzt mal hinbegeben. So, dann sind wir am letzten Spot und zwar hier unten bei den Koordinaten 56, 69 und das droppt quasi von ihm hier, von unserem schwarzäugigen Bartholomeus. Und ja, deswegen hatte ich die beiden auch schon. Also wir haben halt zwei, die quasi von Rare Mobs droppen, aber die sind eigentlich immer ab. Wie gesagt, den habe ich auch schon. Dementsprechend werde ich den jetzt nicht umhauen. Gut, das wäre es dann auch schon mit dem Achievement gewesen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen so ein bisschen weiterhelfen. Soll das der Fall sein, würde ich mich mit einem Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Tschau.